Jo Leute was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern hat das Lunara Wachen Event gestartet und da will ich heute einmal mit euch zusammen reingucken was es da genau gibt. Viele Dinge wissen wir ja schon, aber schauen wir mal ob es da vielleicht noch ein paar Überraschungen gibt. Das Ganze hat gestern um 19 Uhr gestartet und geht zwei Wochen bis zum 20. Februar. Allgemein gibt es 50% Bonus Erfahrung, das ist sehr cool und den Bewegungsgeschwindigkeitsbonus mit 30%. Da bin ich auch sehr gespannt wie krass der reinzündet. Ich gehe hier rein mit dem Barb, weil da macht das Leveln ja meistens den aktuell noch. Man hat jetzt keinen Sinn 100er zu nehmen, hätte ich sowieso nicht leveln können mit dem. Aber diese 50% die würde ich halt schon gerne mal mitnehmen. Das Ganze findet statt in Cat Bar 2, da müsste ich dann jetzt erstmal hingehen. Was ist da oben? Oh, Lunaris Erwachen. Der Lunaren Nachtmarkt ist der Anker für Ereignisfortschritt, Quest und Belohnungen des Lunaren Erwachens. Äh, was ist los? Ja, das höre ich mir nicht an. Äh, und das... Ah, okay. Und jetzt wird nochmal erklärt, ob der Lunaren Schrein, das habt ihr bestimmt alle mitbekommen. 50% mehr Erfahrung, 30% mehr Bewegungsgeschwindigkeit und ein zusätzlicher anderer Effekt. Jeder Schrein hat einen anderen Effekt. Da gab es mir eine Liste, welcher was hat. Zum Beispiel der tödliche Schrein, der ja immer Kritz macht. Der hat dann auch eine Chance, Gegner zu One-Hitten und die sofort zu besiegen. Besiegte Monster, während ihr von Lunaren Schrein ermächtigt seid, ermächtigt, ermächtigt, was ist das ein komisches Wort, um eine Erfahrungserhöhung von 50% zu erhalten und zeitlich begrenzte Belohnungen von Ying Yu freizuschalten. Und vielleicht hört man es ja, ich bin übel krank geworden am Wochenende und habe es dann leider nicht geschafft, das ganze Event hier für euch live zu streamen. Ich hoffe, dass ich morgen zum Stab von Skull & Bones wieder so fit bin, dass ich ein bisschen streamen kann. Ich hatte bis gestern noch richtig Fieber. Und ja, also der Schrein sieht sehr cool aus, machen wir mal an. Totengeflüster. Ach was, ich muss den nur aktivieren, krieg sofort eine grauselige Gabe, oder wie? Oder wie? Hä? Bin verwirrt. Krieg ich von denen jetzt irgendeine... Hä? Krieg ich von denen jetzt irgendeine... Währung, oder sowas? Ich, äh... Gunst der Ahnen. Ja, anscheinend. Gunst der Ahnen. Okay. Das heißt, einfach mit dem Schrein Gegnerkill, Lunare, äh... Gunst der Ahnen einsammeln. Aber das geht immer nur, solange ich einen Schrein nutze, ne? Okay. Mich würde halt interessieren, wie viele Level habe ich jetzt mit einem Schrein geschafft. So, der Schrein ist jetzt vorbei. Ist das ja eigentlich auch ein Lunarer Schrein? Ne, das ist ein Normaler. Das ist ja scheiße. Ich habe mir gedacht, alle Schreine sind Lunare Schreine. Das ist ja Müll. Äh, Müll. Okay, ich will aber mal gucken, wie viel das jetzt... Ob das jetzt schon ein Level war. Also, es war ja nur ein ganz kurzer Schrein, einer. Wie viel ist das? Okay, das war knapp ein Level. 245. Ah, okay. Aber es macht ja auch Sinn, weil... 300. Dann kriegt er mal 5. Okay. Wenn es immer bei 300 bleibt, dann geht das echt zügig. Das finde ich gut. Ich habe jetzt mal ein paar Nightmare Dungeon Siegel erstellt. Hat euch ja gesagt, spart euer Pulver, damit ihr hier schön die Siegel euch craften könnt. Es gibt einmal dieses hier, Gunst der Vorfahren. Da gibt es 10% mit Glühnerfahrung. Und einmal zusätzliche Schreine. Ich bin davon ausgegangen, dass beides auf einmal in einem Nightmare Dungeon sein könnte. Ey, entweder Schreine oder Glühnerfahrung. Das ist natürlich echt doof. Hier ist nochmal zusätzliche Schreine. Aber, ja. Ich probiere das Ganze mal bei Gubben. Weil ich weiß, dass es auch jetzt schon Nightmare Dungeons gibt, die beides, also die mehr als einen positiven Afix haben können. Habe ich schon gesehen. Hier sind zusätzliche Schreine. Ich mache den einfach mal und gucke, wie viele Level ich da bekomme im Lunaren Nachtmarkt. Jetzt eben bei dem Schrein habe ich gar nicht drauf geachtet mit meiner Bewegungsgeschwindigkeit tatsächlich. Da muss ich jetzt gleich mal drauf achten. Da vorne ist der erste Schrein. Da bin ich erstmal gespannt. Den nehme ich. Und, okay. Bewegungsgeschwindigkeit ist jetzt nicht mega anders, als es vorher war. Mit einem Schrein hat er immer auch Erfahrung, äh Erfahrung. Immer auch Bewegungsgeschwindigkeit gegeben. Direkt den nächsten. Was halt noch interessant wäre. Ist jetzt drauf zu achten, wie viel Erfahrung ich bekomme. Das ist jetzt bei dem Spiel natürlich ein bisschen schwierig drauf zu achten. So, und jetzt im Gewölbe natürlich wichtig, viele Gegner killen, sobald ich so ein Schrein aktiviert habe. Damit ich auch die Gunst bekomme. Dafür müsste ich halt nur noch ein Schrein auch finden. Kein Schrein für mich. Ja, schade. Zuhörstliche Schreine lohnt sich ja richtig im Gewölbe, wenn da nicht einer ist. Äh, okay. Ich bin ein bisschen... Ja. Nicht so geil, muss ich sagen. Vielleicht kriegen wir hier nochmal einen. Okay, haben wir einen. Aber das ist kein Lunarer Schrein. Die Frage ist halt jetzt... Äh, kriege ich die Gunst? Ich sehe nichts, dass ich irgendwie Gunst bekomme. Okay. Wurde ich sagen, enttäuschend. Ich hatte gedacht, alle Schreine sind Lunare Schreine. Aber es gibt einfach beide und die Lunaren sind irgendwie selten. Ist doch scheiße. Ich sammle jetzt gar keine Gunst ein, oder wie? Ist doch kacke. Vielleicht sehe ich es auch nur nicht. Keine Ahnung. Ich gehe gleich mal zum Nachtmarkt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das Gunst gegeben hat. Okay, was ist das? Was ist das hier? Quest abgeschlossen? Okay. Okay, ich habe die erste Stufe bekommen. Aber das... Ja, das... 5,85. Okay. Ich mache das mal auf. Was ist da drin? Items und Zeug. Okay. Also ich denke, am meisten Sinn macht es einfach, hier diese Dinger abzugrasen. Überall. Gibt eine grausige Gabe. Das ist ganz cool. Und man hat halt zu 100% einen lunaren Schrein, den man nutzen kann. Und mit dem man die Gegner dann da abfahren kann. Am besten wäre natürlich, wenn das auch noch in einem Arcan-Beben-Gebiet wäre. Weil da halt richtig viele Gegner sind. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, hier ist kein Arcan-Beben-Gebiet. Aber das wäre natürlich ganz gut. Das, wenn du schon so einen Schrein hast. Ich meine, sie haben gesagt, dass sie darauf geachtet haben, dass wenn man schon so einen Schrein findet, dass dann da in der Umgebung auch Gegner sind. Und jetzt eben beim ersten hatte ich nicht so das Gefühl, dass ultra viele Gegner dabei waren. Gucken wir mal, wie es jetzt hier ist. Bei dem Schrein. Okay, man hat da den Schrein. Und da oben noch ein Schrein. Wer verwirrt. Okay. Okay. Und hier ist eine Aufgabe. Mit einem Schrein. Also es gibt auch nochmal, es gibt Schreine normal in der Welt und dann nochmal Aufgaben mit Schreinen. Aber die geben ja hier richtig viel Gunst dann. Wenn jeder Gegner fünf Gunst gibt, das lohnt sich ja. Okay, das lohnt sich hier natürlich extrem. Doch, doch. Da bin ich aber gleich gespannt. Da müsste richtig viel bei rumgekommen sein. So, was sagt sie? 500 von 750. Ah, guck mal, direkt zwei Stufen geschafft. Okay. Ganz ehrlich, einfach in der Welt diese Aufgaben hier abschließen und damit das Event abschließen. Ähm, ist relativ, äh, das Gegenteil von umfangreich. Es ist kurzweilig, aber nettes Ding, so für zwischendurch. Also, ganz nett für zwischendurch, muss ich sagen. Ich habe schon von einigen gehört, dass die, äh, nach 20 Minuten durch waren mit allem. Also man kann da auch richtig schnell, äh, durchrattern. Man hat aber zwei Wochen Zeit, Leute. Lasst euch da Zeit und, äh, macht euch da keinen Stress. Ja, was kann man abschließend dazu sagen? Es ist sehr kurzweilig auf jeden Fall, aber, ey, nett für zwischendurch. Und, äh, ist doch cool, dass man da zwischendurch mal wieder ein paar Cosmetics, ein ganz kleines Eventchen bekommt. Äh, meiner Meinung nach, für den Aufwand, den sie da betrieben haben, mit einem NPC, äh, mit den ganzen Cosmetics und mit den, äh, Schreinen, die andere Effekte haben, äh, hätte man sich vielleicht ein bisschen was Umfangreicheres gewünscht. Aber gut, das muss Blizzard selber wissen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool und, ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, die wird durchwachsen sein. Viele werden es bestimmt so sehen wie ich. Ey, cool zu haben, aber, äh, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn es nicht da wäre. Andere werden wieder komplett sauer sein. Äh, ja, weil, wenn sie hier was geschenkt bekommen, was ihr nicht gefällt, keine Ahnung. Äh, ja, bin ich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten würde ich mich sehr gerne voll auf den Kanal freuen, über ein Like auf die Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!